Wenn ich zurückdenke an die Zeit vor 50 Jahren, so war diese neu gegründete Liebmarkt ein kleines Pflänzchenlein. Als Unternehmer hat man natürlich immer wieder die Pflicht, aus dem kleinen Pflänzchen eine größere Pflanze zu machen. Und das, wenn ich zurückdenke, ist uns wirklich gelungen. Und dazu möchte ich mich auch bei allen unseren Mitarbeitern, die in diesen letzten 50 Jahren hier verstärkt ihr Wissen und ihr Können eingebracht haben, recht herzlich bedanken. Es sollte ursprünglich hier in Weiz dies ein Lager werden für die Eisenbiegerei und ein Lager für die Baumaschinen. Während des Baus stellten wir aber das System um und haben wir in einer Fläche von 300 Quadratmeter Zweigeschosse einen Mini-Baumarkt errichtet. In dem haben wir damals als erster Baumarktbetreiber eine entsprechend große Haushaltsabteilung inkludiert. Wir haben einen Gartenmarkt errichtet und haben eine Baumarktgruppe gegründet, die sogenannte Baudreff. Und so kam ich auf die Idee, einen Partner in Deutschland zu suchen. Nach acht Jahren emsiger Aufbauarbeit, der Baudreff, haben wir dann im Jahre 1995 die Hagebau Österreich gegründet. Das war damals wirklich ein einträgsames und zukunftsweisendes Projekt auch für unsere Firma Liebmarkt. Kooperation durch Gemeinschaft ist ein Fundament für alle gemeinsam zur Weiterentwicklung unserer Geschäftsflächen. Nach Möglichkeit bieten wir unseren Kunden alles rund uns Bauen, Wohnen und der Freizeit aus einer Hand an. Unsere Liebmärkte sind Beratungsmärkte. Kunden suchen verstärkt Lösungen und nicht einzelne Produkte. Sie wollen keine Experimente, sondern Sicherheit. Gefragt sind Inspirationen und konkrete Umsetzungsvorschläge durch unmittelbare Beratung vor Ort. Mit unseren Liebmärkten wollen wir Menschen dabei unterstützen, ihre Lebensträume für ihre Lebensräume zu verwirklichen.